Herzlich willkommen bei O2, ich bin Nils. Heute zeige ich dir, wie du ganz einfach aus deinem Smartphone einen WLAN-Router machst und einen mobilen Hotspot aktivierst. So verbindest du deine Geräte ganz einfach mit WLAN. Beachte bitte, dass du dafür das Datenpaket deines Mobilfunktarifes benutzt. Als erstes zeige ich dir die Aktivierung auf einem Android-Gerät. Ich verwende dafür heute einen Galaxy S10e von Samsung. Zur Aktivierung musst du in die Einstellung, das geht am schnellsten über die Statusleiste, indem du vom oberen Bildschirmrand nach unten wischt. Tippe hier auf das Zahnrad-Symbol oben rechts. Der einfachste Weg ist die Suchfunktion. Wähle die Lupe aus und gib hier Hotspot als Suchbegriff ein. Das funktioniert mit jedem Android-Modell unabhängig vom Menüpfad. Jetzt wählst du Mobile Hotspot aus. Aktiviere nun noch den Kippschalter bei Mobile Hotspot und schon kann es losgehen. Wenn du jetzt auf das Wort Mobile Hotspot klickst, erhältst du alle Verbindungsdaten. Einmal den Namen deines WLAN-Netzwerkes sowie das Passwort. Bei Bedarf kannst du beides auch ändern. So einfach hast du deinen mobilen Hotspot auf deinem Android-Handy aktiviert. Als nächstes erfährst du, wie das Ganze auf einem Apple-Handy mit iOS-Betriebssystem funktioniert. Ich verwende dazu heute ein iPhone 11 Pro. Öffne jetzt die Einstellungen auf deinem iPhone. Gehe hier direkt auf persönlicher Hotspot. Aktiviere jetzt den Schalter Zugriff für andere erlauben. Das Infofenster kannst du ignorieren. Direkt unter dem Schalter findest du das WLAN-Passwort, um dein Gerät mit deinem iPhone zu verbinden. Jetzt ist der Hotspot auf deinem iPhone startklar. Ging das nicht fix? Im letzten Teil dieses Videos zeige ich dir jetzt noch, wie du die WLAN-Verbindung herstellst. Das Ganze heute mit einem Samsung Galaxy Tab S4. Bei meinem Android-Tablet öffne ich die Einstellungen wieder, indem ich die Statusleiste herunterziehe. Hier gehe ich dann auf Verbindung und anschließend auf WLAN. Falls noch nicht geschehen, aktiviere dein WLAN jetzt oben rechts über den Kippschalter. Ich habe das bereits erledigt. Mein Tablet findet direkt zwei WLAN-Netzwerke. Das vom Samsung und das auf dem iPhone aktivierte. Falls du dir unsicher bist, kannst du den Namen deines Netzwerks sowie das Passwort jederzeit auf deinem Smartphone nachschauen. Ich entscheide mich jetzt mal für Android-AP von meinem Samsung Galaxy. Gebe das Passwort ein und das war es auch schon. Dein Gerät ist jetzt verbunden und du kannst direkt ins Internet gehen. So, das war es wieder einmal von mir. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke auf Daumen hoch und abonniere gerne unseren Kanal. Tschüss, dein Nils. Tschüss, dein Nils.